Krankheit ist auch Kopfsache und eine Akromegalie äußert sich nicht nur in biochemischen Blutwerten, in der Tumorgröße und in der Behandlung der Symptome und Begleiterkrankungen. Eine Akromegalie mit all ihren großen und kleinen Folgen kann sich massiv auf ihr Wohlbefinden auswirken. Und darüber möchte ich mit Ihnen reden. Über den fünften Baustein des umfassenden Therapiekonzeptes, Ihre Lebensqualität. Entscheidend ist, was Sie als Patient fühlen, wie stark Sie unter Ihrer Akromegalie körperlich und auch seelisch leiden und wie sich Ihr Empfinden dabei verändert. Denn auch das Kommen und Gehen der guten und schlechten Phasen ist ein wichtiger Anzeiger für die Aktivität Ihrer Krankheit. Für die systematische Erfassung Ihrer Lebensqualität wurde ein Fragebogen entwickelt. So sieht er aus. Dieser sogenannte Aquo-Qual-Fragebogen erfasst mit 22 Fragen Einflüsse auf die Lebensqualität von Akromegalie-Patienten. In vorgegebenen Abstufungen können Sie darin Fragen beantworten, die sich um Themen wie Sprache, Schlaf, Sex, Beruf, körperliche Veränderung oder Ihre Selbstwahrnehmung drehen. Der Fragebogen hilft, negative, aber auch positive Auswirkungen Ihrer Akromegalie-Behandlung klar zu erkennen. Sie sollten ihn daher regelmäßig im Abstand von mehreren Monaten ausfüllen und die Ergebnisse mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt besprechen. Übrigens, wenn Ihnen so ein gedruckter Fragebogen zu unhandlich ist, können Sie die Fragen auch online beantworten. Es gibt dafür auch Online-Tools, also entsprechende Programme, die Sie gemeinsam mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt nutzen können. Ein weiterer Vorteil, er kann Ihre Angaben gleich mit Hilfe einer Software auswerten. Das regelmäßige Erfassen der Lebensqualität ist der fünfte Baustein eines umfassenden Therapiekonzeptes. Diese umfassende Therapie hat das Ziel, Ihnen ein Leben nahe an Ihrem persönlichen Optimum zu ermöglichen. Wie genau das aussieht, können aber nur Sie selbst wissen. Deshalb sollten Sie sich auch als Teil des Behandlungsteams verstehen. Sie sind der Experte für Ihr Wohlbefinden. Wenn Sie den Fragebogen regelmäßig ausfüllen, können Sie auch gemeinsam mit Ihrer Ärztin oder mit Ihrem Arzt zeitnah auf Veränderungen Ihrer Krankheit reagieren. Dann können Sie an den für Sie richtigen Stellschrauben Ihrer Akromegalitherapie drehen und diese optimieren. Machen Sie mit.